Servus miteinander und herzlich Willkommen zu einer kurzen und knappen Stream Ankündigung. Morgen Abend um 20 Uhr spielen wir mal wieder bisschen was auf Twitch. Ich weiß zwar noch nicht was, aber ja, das ist nichts Neues. Das kennt ihr ja bereits von mir, aber irgendwas wird sich schon finden lassen. Also, wenn ihr Zeit und Lust habt, seid ihr natürlich wie immer herzlich eingeladen. Macht's gut bis morgen Abend. Servus!